grüßt euch ihr könnt mich sehen richtig zu füßen und ich will euch das mal demonstrieren das ist ein rettungssystem nehmen wir mal an ich würde jetzt einbrechen nicht bei euch zu hause ich meine im eis einbrechen also ich wäre jetzt quasi so hier drin na dann habe ich die möglichkeit das zu nehmen und dann tue ich mich sofort daraus das heißt hier ist die eisfläche und ich hau hier so rein und bewegt mich nach vorne und ich muss natürlich auch meine weine bisschen benutzen das zu diesem teil das ist in schweden beim eis angeln ich glaube es sogar vorschrift euer udo hat mir spaß gemacht